Für wenige Euro Volltanken. Nicht mit Benzin, sondern mit Strom. In manchen Ländern ist das schon fast normal. In Deutschland ist Stromtanken noch exotisch. Es sind schon ganz edle Elektrokarossen unterwegs, aber die wenigsten können sie sich leisten. Auch der Motorsport wird elektrisch. Diese Elektroflitzer sollen bald auf richtigen Rennstrecken unterwegs sein. Die Hersteller präsentieren ihre neuen E-Modelle. Viele werden wahrscheinlich in Deutschland zum Ladenhüter. Kümmern wir uns genügend um unsere mobile Zukunft? Die Kritiker sind skeptisch. Die Politik hat ehrgeizige Ziele. Wir haben uns nun in Deutschland das Ziel gesetzt, bis 2020 gut eine Million Elektroautos auf den Straßen zu haben. Deutschland, die Erfinder-Nation, bildet das Schlusslicht bei Elektromobilität. Verpassen wir in Sachen Elektromobilität den Anschluss? Oder sind wir auf einem guten Weg? Moderne Linienbusse surren durch Wiesbaden. Elektrobusse. Eigentlich nichts Neues. Elektrobusse gab es schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Genauso wie Elektroautos. In den USA fuhr damals schon eine staatliche Zahl an Elektrofahrzeugen. Eines davon aus dem Jahr 1904 ist im Sinsheimer Automobilmuseum zu sehen und fährt sogar noch. Dieser Elektrowagen, den der Coburger Fabrikant Andreas Flocken schon 1888 konstruiert hat, gilt als das erste Elektroauto der Welt. Doch wegen geringer Reichweite und billigem Erdöl sollte das Elektroauto schon bald in einen Dornröschenschlaf fallen. Auch das erste Elektroauto von Dieter Eckhardt ist mittlerweile ein alter Tümchen. Der Elektroauto-Pionier aus Ingelheim bei Mainz kaufte schon 1996 seinen Hotzenblitz. Ich bin damals mit einem Freund mit Motorrad unterwegs gewesen, habe unterwegs so ein Elektroauto gesehen. Da war bei mir die Idee geboren, eigentlich wäre so ein Elektroauto für einen Weg zur Arbeit ausreichend. Und nachdem ich mich ein bisschen informiert habe, wurde es dann ein Hotzenblitz. Mittlerweile besitzt Dieter Eckhardt mehrere E-Mobile. Zur Arbeit fährt er heute mit seiner neuesten Errungenschaft, einem Mia. 80 bis 90 Kilometer Reichweite, Höchstgeschwindigkeit 110. Also die 20 Kilometer zur Arbeit kein Problem. Im Sommer ist der Elektrofan gerne mit seinem E-Motorrad unterwegs. Reichweite bis 70 Kilometer. Für Biker eher gering, aber mit einem besonderen Fahrfeeling, findet Dieter Eckhardt. Ein außergewöhnliches Fahrfeeling wird auch diesem Wagen nachgesagt. Dem Tesla S. Die kalifornische Automarke gibt es erst seit einem Jahrzehnt. Eine halbe Million Autos möchte Tesla in den nächsten Jahren verkaufen. Denn mit rund 400 Kilometern Reichweite hat der Tesla die Nase weit vor allen anderen Herstellern. Die europäischen und deutschen Autobauer können bei der Reichweite bisher nicht mithalten. Zwar bringen sie in diesem Jahr 15 Elektromodelle auf den Markt, die sind aber keine Neuentwicklungen. Vorhandene Modelle wurden in Elektroversionen umgebaut. Allein BMW hat mit dem i3 ein von Grund auf neues Elektrofahrzeug konstruiert. Die Fertigung im neuen Werk Leipzig geschieht umweltfreundlich mit erneuerbaren Energien. Mehr als 11.000 Vorbestellungen gibt es bisher. Die meisten kommen allerdings aus Ländern, die den Kauf von Elektroautos unterstützen. Eine historische Elektrokutsche in der Innenstadt von Münster. Sie lässt vielleicht schon erahnen, dass man sich hier mit Elektrofahrzeugen befasst, und zwar mit den Batterien. Das Miet, das Batterieforschungszentrum der Universität Münster, gibt es seit 2011. Hier erforschen 150 Wissenschaftler, wie die Energiedichte von Batterien gesteigert werden kann. In nur wenigen Jahren ist daraus eines der weltweit renommiertesten Batterieforschungszentren geworden. Die Wissenschaftler entwickeln die Energiespeicher auf Lithium-Ionen-Basis, testen sie unter allen möglichen Bedingungen. Die Energiedichte der Batterien hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht. In den nächsten zehn Jahren soll sie sich nochmal verdoppeln. Gleichzeitig werden die Batterien immer günstiger. Man arbeitet hier an ganz neuen Batterietechnologien. Doch im Gegensatz zu Japan oder Korea, werde in Europa bei Forschung und Produktion zu wenig investiert und zusammengearbeitet. Ein eindeutiger Wettbewerbsnachteil gegenüber Fernost, sagen die Batterieforscher. Dieter Eckhardt hat die Batterien seines Think, ein norwegisches Elektroauto, vollgeladen. Von seinen Autos hat es die größte Reichweite. Mit ihm gehen er und seine Frau Regina heute auf große Fahrt. Soweit man das mit einem kleinen E-Auto schon tun kann. Von Ingelheim nach Siegen soll die Reise gehen. Knapp 180 Kilometer. Der Wagen hat eine Reichweite von 160 Kilometern. Da muss die Strecke gut geplant sein, um nicht irgendwo unterwegs liegen zu bleiben. Früh am Morgen geht es los. In einem Rutsch werden die beiden diese Strecke mit ihrem kleinen Elektrowagen nicht bewältigen können. Das Bauen von Elektrofahrzeugen ist für die Automobilhersteller kein Problem. Ein akzeptabler Preis dagegen offenbar schwierig. Ein bezahlbarer Elektrowagen. Mit dieser Herausforderung beschäftigt sich die Technische Hochschule in Aachen. Dieses Auto, der Street Scooter, soll mal 20.000 Euro kosten, um 2015 zu kaufen sein. Prof. Achim Kampka hat das Auto entwickelt. Er scheint zu schaffen, was der deutschen Automobilindustrie offenbar schwerfällt. Es geht uns darum, dass es eben nicht nur ein nachhaltiges Fahrzeug im Sinne der Umwelt ist, sondern nachhaltig auch im Sinne des Wirtschaftsen. Das heißt, dass die Total Cost of Ownership, also die Gesamtkosten, die ich für ein Fahrzeug ausgebe, was das Thema Investition für das Fahrzeug ist, was der Bereich Service ist und was der Bereich Energie ist, dass die gleichziehen können mit konventionellen Fahrzeugen. In dieser Halle der ehemaligen Aachener Bombardier-Werke wurden mal Züge gebaut. Jetzt werden hier Street Scooter für die Deutsche Post in Kleinserie produziert. 50 dieser elektrischen Paketwagen werden bereits auf ihre Alltagstauglichkeit getestet. Dass sein Projekt schon so weit gediehen ist, sieht Achim Kampka als großen Erfolg. Die Postautos fahren festgelegte Routen. Das bedeutet, Reichweiten und dazu nötige Batteriekapazitäten sind planbar. Geradezu ideal für die Elektromobilität. Also es gibt einen großen Bereich an Fahrzeugen in Deutschland, die nie mehr als 100 Kilometer fahren. Also nicht im Durchschnitt, sondern nie mehr als 100 Kilometer pro Tag. Das ist eigentlich so das Feld, in dem wir uns tummeln. Davon gibt es viele Zustellbetriebe, Handwerker und so weiter. Essen auf Rädern von den beiden großen deutschen Kirchen, die es gibt. Das sind unsere Zielmärkte. Und da sprechen wir schon vom Potenzial von circa 4 Millionen Fahrzeugen. Zwei Jahre will die Post die elektrischen Paketwagen testen. Fällt das Ergebnis positiv aus, könnten die E-Postwagen in großen Stückzahlen hergestellt werden. Auch dieser Elektrowagen soll letztendlich bezahlbar sein. Visio M heißt das Modell, an dem die Technische Universität München zusammen mit namhaften Unternehmen arbeitet. Prof. Markus Lienkamp leitet seit 2009 die Entwicklung am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik. Zuvor arbeitete er in der Entwicklungsabteilung von VW. Der Ingenieur selbst fährt morgens die wenigen Kilometer ganz umweltfreundlich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er ist von der Elektromobilität überzeugt. Glaubt, dass Autos umweltverträglicher werden können. Das bedeutet allerdings auch, die Automobilindustrie muss sich verändern. Also ich glaube, dass es schon einen sehr deutlichen Umbruch geben wird. Und wenn sich die Automobilindustrie jetzt nicht darauf einstellt, dann wird das irgendwann dazu führen, dass der Absatz einfach deutlich einbricht und damit die Automobilindustrie nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Die Uni arbeitet mit verschiedenen Automobilkonzernen und Zulieferern zusammen. Das Ziel ist ein kleines, leichtes Elektroauto, konzipiert als Zweitwagen für den stadtnahen Bereich. Untersuchungen haben ergeben, dass die meisten Autofahrer am Tag nicht mehr als 60 Kilometer zurücklegen. Und genau diese Bedürfnisse soll das kleine Elektroauto erfüllen. Wir haben versucht, mal die Minimalanforderungen für einen Zweitwagen hier umzusetzen. Das sind 120 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit und mindestens 100 Kilometer Reichweite. Aber das auch in allen Bedingungen. Visio. Das sind auch Visionen, die man an der TU München im vergangenen Jahr erfolgreich vorführen konnte. Ein Auto, das aus einem Kontrollraum ferngesteuert wird und ganz neue Perspektiven der Mobilität eröffnet. Einfach per Smartphone einen Wagen bestellen und ferngesteuert kommt das Auto vorbei. Dann lenkt man selbst zu seinem Fahrziel, von wo aus der Elektrowagen wieder vom Operator übernommen wird. Zukunftsvisionen, die technisch schon machbar sind. Dieter Eckhardt steuert sein Elektroauto noch selbst und ist mit seiner Frau weiter unterwegs in Richtung Siegen. Der kleine Wagen rollt. Die Batterie zeigt noch keine Ermüdungserscheinungen. Wir haben jetzt etwa 50 Kilometer hinter uns. In kurzer Zeit erreichen wir jetzt die erste Lademöglichkeit oder Zwischenlademöglichkeit. Das ist bei Zollhaus, gibt es eine Park-and-Charge-Tankstelle. Und da können wir dann so eineinhalb Stunden ein bisschen nachtanken. Dann kommen wir auch sicher die komplette Strecke durch. Wie hoch im Kurs steht die Elektromobilität bei Autobauern und Politik? Jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland ist vom Auto abhängig. Da nutzen die Autobosse ihren Einfluss bei der Kanzlerin. Eine Motivation, Elektrofahrzeuge zu bauen, sind die künftigen verschärften EU-Abgasregelungen. Ohne Elektrofahrzeuge wären die strengen CO2-Werte nur schwer zu erreichen. Wie viel Gas gibt die Bundesregierung bei der Elektromobilität? Genügen Vorzeigeprojekte wie das auf der Autobahn zwischen München und Berlin? Hier wird es entlang der Strecke acht Schnellladesäulen geben. Damit können Elektroautos in einer halben Stunde nahezu komplett wieder aufgeladen werden. Die Bundesregierung möchte, dass Deutschland bei der Elektromobilität zum Leitanbieter wird. Ein frommer Wunsch, angesichts der im Vergleich zu anderen Ländern eher geringen Investitionen. Und so sieht auch Ferdinand Dudenhöfer die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland sehr kritisch. Der Professor für Betriebs- und Automobilwirtschaft ist von der Politik enttäuscht. Jetzt geht es hier langsam voran, zu langsam voran. Kaum Verkäufe von Elektroautos, deshalb ziehen sich die ersten Unternehmen zurück. Siemens hat sich aus der Ladestruktur zurückgezogen. Evonik zieht sich aus der Batterie zurück. RWE und andere Energieunternehmen hören auf, Ladesäulen öffentlich aufzustellen. Also wir müssen was tun. Deutschland ist in Europa, aber auch international das Schlusslicht. In Amerika werden 35 Mal so viele Elektroautos verkauft. In Frankreich dreimal so viele Elektroautos. Selbst Holland ist Vorreiter bei Elektromobilität. Also Deutschland, Land Deutschland, die Erfinder-Nation bildet das Schlusslicht bei Elektromobilität. Trotz seines pessimistischen Urteils ist Ferdinand Dudenhöfer ein glühender Verfechter der Elektromobilität. Zusammen mit seinen Studenten hat er das Projekt Ruhrauto entwickelt. Wo immer es geht, macht er, wie hier in Bochum, Werbung fürs elektrische Fahren. Nur wenige haben bisher Berührungspunkte mit solchen Autos. Aber das direkte Erleben, Sehen oder Fahren begeistert die Menschen von der neuen Technik. Halt eine Alternative zum normalen Autos, vor allen Dingen hier so im Stadtverkehr. Ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt, aber grundsätzlich natürlich eine super Idee. Mit dem Ruhrauto soll den Menschen ein umweltfreundliches Carsharing-System angeboten werden, das mehr bietet, als nur ein Auto zu mieten. Bei unserem Projekt Ruhrauto kommt neben der Popularität für Elektroautos dazu, dass wir ein Verkehrssystem aufbauen wollen im Ruhrgebiet, bei dem Busse, Bahnen, Mieträder und Elektroautos im Carsharing miteinander vernetzt sind, sodass wir einen lückenlosen Verkehr haben im Ruhrgebiet, der die öffentlichen Verkehrsträger viel interessanter für den Kunden macht. Mit der Monatskarte für Bus und Bahn können auch die Carsharing-Wagen geöffnet werden. Die Flotte umfasst mittlerweile mehr als 40 Elektrofahrzeuge, die schon in mehreren Ruhestätten zur Verfügung stehen. Dieter Eckhardt und seine Frau haben mit ihrem Elektromobil die Zwischenladestation erreicht. Man glaubt es kaum, aber viele dieser unscheinbaren Stromtankstellen sind über ganz Deutschland verteilt. Europaweit gibt es schon mehr als 1500. Dieter Eckhardt zahlt den Betreibern eine Jahrespauschale, um hier laden zu dürfen. Das ist eine Park-and-Charge-Junk-Stelle. Da gibt es so eine Liste, ca. 200 Stück in Deutschland verteilt, wo die alle hängen. Und es gibt einen Schlüssel, den sie gegen Hand bekommen. Und das ist sozusagen die Tanken-Flatrate. Das sind etwa 50 Euro im Jahr, die sie jetzt bezahlen. Und können dann überall kostenlos da mit dem Schlüssel an diesen Stellen Strom tanken, was man jetzt macht. Die nächsten eineinhalb Stunden ist jetzt Zeit, um Mittagessen zu gehen. Das Laden von Elektrofahrzeugen kann aber auch so aussehen. Wo früher Parkuhren standen, gibt es heute Ladesäulen für E-Autos. Wir sind in Norwegen, genauer gesagt in der inoffiziellen Welthauptstadt der Elektromobilität, in Oslo. Im Gegensatz zu Deutschland ist man hier schon viel weiter. Elektroautos gehören zum Alltagsbild in der Stadt. 8000 sind bisher in Oslo unterwegs, mehr als in ganz Deutschland. Elektroautos erkennt man in Norwegen sofort. Sie haben alle die Anfangsbuchstaben EL auf dem Kennzeichen. Guri Melbi ist Oslos stellvertretende Bürgermeisterin, sitzt auch im Parlament und ist zuständig für Umweltfragen. In der Stadt ist sie oft elektrisch unterwegs. Ganz anders als Deutschland unterstützt Norwegen massiv den Kauf von Elektrofahrzeugen. Elektroautos zu subventionieren hat für uns Priorität. Wir haben relativ hohe Abgaben für Benzin- und Dieselfahrzeuge. Unser Prinzip heißt, wer verschmutzt, soll auch dafür bezahlen. Die Vorteile für Elektroautos sollen bis 2017 gelten. Danach wollen wir im Parlament neu entscheiden. Autofahren in Norwegen ist grundsätzlich teuer. Auf Kraftfahrzeuge ist eine Mehrwertsteuer von 25% fällig, plus einer Sondersteuer. Elektroautos sind davon befreit. Dadurch werden sie erheblich günstiger. Und so übertrifft der Absatz von Elektroautos alle Prognosen. Norwegens Regierung kann viel einfacher agieren, denn das Land hat keine eigene Automobilindustrie, die versucht, Einfluss zu nehmen. Neben dem Steuervorteil gibt es in Norwegen weitere Annehmlichkeiten. Elektrowagenfahrer dürfen Bus- und Taxispuren benutzen. Sie zahlen keine Mautgebühren und können im Stadtzentrum kostenlos ihr Auto aufladen. Der Strom kommt aus umweltfreundlicher Wasserkraft. Die Elektroautofahrer finden das alles natürlich toll. Wir leben in einem Vorort und können die Bus- und Taxispuren benutzen, um in die Stadt zu kommen. Das bedeutet für mich jeden Tag eine Stunde weniger Fahrzeit. Es ist besser für die Umwelt. Und es ist alles sehr einfach. Es ist sehr gut. Das einzige Problem, es gibt zu wenig Parkplätze. Rund 600 Ladestationen gibt es mittlerweile in Oslo. Jährlich sollen 200 dazukommen. Trotzdem sind schon jetzt morgens die Stromparkplätze belegt. Wer zu spät kommt, hat das Nachsehen. Das kostenlose Parken im Zentrum ist allerdings kein Problem. Freies Parken, freie Busspuren, freie Maut- und Steuervorteile. Die Norweger wünschen sich, dass dies auch nach 2017 so bleibt. Auch die Niederlande sind bei der Elektromobilität sehr aktiv. Vor allem die Stadt Amsterdam. Eine Viertelmillion Autos sind in der niederländischen Metropole unterwegs. Hier herrscht die schlechteste Luftqualität in ganz Holland. Mit mehr Elektromobilität möchte man das ändern. In den Niederlanden und besonders in Amsterdam werden Elektrofahrzeuge nicht nur steuerlich gefördert. Tim van Beek wohnt mitten in der Stadt. Vergangenes Jahr kaufte er sich ein Elektroauto. Nicht weit von seiner Wohnung entfernt kann er es parken und laden. Wer in Amsterdam ein Elektroauto hat, meldet das der Stadtverwaltung. Die stellt dann nahe der Wohnung eine öffentliche Ladestation auf. Tim hat viel in Deutschland zu tun. Gerade beim Laden merkt er die Unterschiede zwischen den beiden Nachbarländern. Was wir hier in Holland gemacht haben, ist, dass wir eigentlich alle Unternehmen, die hier diese Säule hinsetzen, haben es so verabredet, dass man nur mit einem Pass das ganze Land tun kann. Überall laden kann auf öffentliche Ladesäule. Und das ist etwas, was in Deutschland noch nicht möglich ist. Und deswegen brauche ich vier Pässe, wenn ich nach Deutschland gehe. Für Elektroautos gibt es in Amsterdam gegenwärtig 800 Ladestationen. Schon nächstes Jahr sollen es 2000 sein. Die Stadt besitzt zudem mit 300 Elektrosmarts ein gutes Carsharing-Netz. Viele Leute nutzen diese kleinen Elektroflitzer. Die Stadtverwaltung möchte das elektrische Carsharing-Netz weiter vergrößern. Schlechte Luft bringen auch die vielen Lieferwagen ins Stadtzentrum. Sind da Elektro-Lkw die Lösung? Die ersten fahren schon. Zwar werden Spediteure beim Kauf eines solchen Elektro-Trucks mit 40.000 Euro unterstützt, unterm Strich bleiben sie aber immer noch teurer als ein Diesel. Auch Elektro-Taxis sind in Amsterdam unterwegs. Ein junges Start-up-Unternehmen hat dieses Geschäft vor zwei Jahren gegründet. Natürlich ist das zunächst nur ein Topfen auf den heißen Stein. Gerade mal 20 von 1500 Taxis fahren elektrisch. Ihre Reichweite ist aber voll praxistauglich. Am Stadtrand hat das Unternehmen seine Zentrale. Hier werden die Taxis zweimal am Tag an Schnellladestationen jeweils eine halbe Stunde aufgeladen. Der junge Geschäftsmann Ruth Sandvliet stürzte sich in dieses unternehmerische Wagnis und es ist ihm gelungen, einen florierenden Taxibetrieb aufzubauen. Wir wollten beweisen, dass es möglich ist, ein nachhaltiges Taxi-Unternehmen zu schaffen. Alle dachten, dass dies bei Taxis sehr schwierig wird. Wir starteten Taxi-Elektrik. Und siehe, es ist möglich. Ich denke, dass Elektro-Autos in den nächsten fünf Jahren fast alle herkömmlichen Taxis ersetzen werden. Ganz ohne staatliche Hilfe geht das natürlich nicht. 10.000 Euro gibt's pro Taxi an Unterstützung. Bis nächstes Jahr will er seine Flotte verdoppeln. Staatliche Hilfen soll es in Deutschland nicht geben. Gerd Lotziepen vom Verkehrsclub Deutschland sieht das Elektroauto nur als Teil der mobilen Zukunft. Und zwar für den Nahverkehr. Er nutzt es mit dem Carsharing selbst ganz gerne, um in Berlin zu seinen Terminen zu fahren. Das Buchen der Autos geht per Smartphone ganz einfach. Die Anzahl der Carsharing-Elektroautos lässt aber noch zu wünschen übrig. Ist eines in der Nähe verfügbar, fährt man nach dem Reservieren einfach los. Elektrofahrzeuge könnten für eine begrenzte Zeit gefördert werden, da die Investitionen der Automobilhersteller hoch seien, meint Gerd Lotziepen. Die Förderung müsste aber gerade durch die Fahrzeuge finanziert werden, die viele Schadstoffe ausstoßen. Vor allem bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes knickelt die Bundesregierung vor der Automobilindustrie ein. Die Bundesregierung hat dort ein ziemliches Hü- und Totspiel betrieben. Sie hat vor allen Dingen einen ambitionierten CO2-Grenzwert blockiert. Ein ambitionierter CO2-Grenzwert würde allerdings auch der Elektromobilität helfen. Für Deutschland wünscht sich der Sprecher des ökologischen Verkehrsklubs eine neue Verkehrskultur. Das heißt, neben dem Auto sollten Busse und Bahnen, aber auch Elektrofahrräder besser gefördert werden. Die kommen ihm bei der ganzen Diskussion viel zu kurz. Er selbst nutzt für kürzere Strecken das Elektrofahrrad. Während bei Elektrorädern die Millionengrenze in Deutschland längst überschritten ist, sieht es bei den Elektroautos anders aus. Das Ziel der Bundesregierung ist seines Erachtens unrealistisch. Das ist ein schöner Traum im Koalitionsvertrag. Aber im Jahr 2020 werden definitiv nicht eine Million Elektrofahrzeuge auf dem Markt sein. Denn einerseits tut die Industrie viel zu wenig, um die Fahrzeuge zu bringen und auch kostengünstig anzubieten. Und für den Kunden sind die Einschränkungen heute noch zu groß, als dass er den Mehrpreis in Kauf nimmt und sich ein Elektroauto kauft. 43 Millionen Fahrzeuge sind in Deutschland unterwegs. Da werden Elektroautos wahrscheinlich noch lange in der Minderheit bleiben. Und nur eingefleischte Fans wie Dieter Eckhardt so richtig begeistern. Er und seine Frau Regina haben das Ziel fast erreicht. Für die 180 Kilometer hat ihr kleines Elektroauto für sechs Euro Strom verbraucht. Ein funkelnagel neues Strommobil hat ihr Freund mitgebracht, mit dem sie sich am Nachmittag nahe Siegen verabredet haben. Elektroauto-Pionier Dieter Eckhardt ist begeistert. Die neuen Autos beeindrucken ihn doch sehr. Er weiß, dass es ein Traum ist. Trotzdem hofft er, dass sich die Elektrowagen möglichst schnell in Deutschland verbreiten. Und es wäre schon schön, wenn mehr Leute das noch erleben könnten, wie schön so ein Auto fährt, wie ruhig und wie doch angenehm gegenüber so einem Benziner oder Diesel das doch ist. Ökologisch sinnvoll sind Elektroautos aber nur, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien kommt. Also noch ein langer Weg für die Elektromobilität. Neues Elektrofahrzeug konstruiert. Die Fertigung im neuen Werk Leipzig geschieht umweltfreundlich mit erneuerbaren Energien. Mehr als 11.000 Vorbestellungen gibt es bisher. Die meisten kommen allerdings aus Ländern, die den Kauf von Elektroautos unterstützen. Eine historische Elektrokutsche in der Innenstadt von Münster. Sie lässt vielleicht schon erahnen, dass man sich hier mit Elektrofahrzeugen befasst, und zwar mit den Batterien. Das Miet, das Batterieforschungszentrum der Universität Münster, gibt es seit 2011. Hier erforschen 150 Wissenschaftler, wie die Energiedichte von Batterien gesteigert werden kann. In nur wenigen Jahren ist daraus eines der weltweit renommiertesten Batterieforschungszentren geworden. Die Wissenschaftler entwickeln die Energiespeicher auf Lithium-Ionen-Basis, testen sie unter allen möglichen Bedingungen. Die Energiedichte der Batterien hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht. In den nächsten zehn Jahren soll sie sich nochmal verdoppeln. Gleichzeitig werden die Batterien immer günstiger. Man arbeitet hier an ganz neuen Batterietechnologien. Doch im Gegensatz zu Japan oder Korea, werde in Europa bei Forschung und Produktion zu wenig investiert und zusammengearbeitet. Ein eindeutiger Wettbewerbsnachteil gegenüber Fernost, sagen die Batterieforscher. Dieter Eckhardt hat die Batterien seines Think, ein norwegisches Elektroauto, vollgeladen. Von seinen Autos hat es die größte Reichweite. Mit ihm gehen er und seine Frau Regina heute auf große Fahrt. Soweit man das mit einem kleinen E-Auto schon tun kann. Von Ingelheim nach Siegen soll die Reise gehen. Knapp 180 Kilometer. Der Wagen hat eine Reichweite von 160 Kilometern. Da muss die Strecke gut geplant sein, um nicht irgendwo unterwegs liegen zu können. Früh am Morgen geht es los. In einem Rutsch werden die beiden diese Strecke mit ihrem kleinen Elektrowagen nicht bewältigen können. Das Bauen von Elektrofahrzeugen ist für die Automobilhersteller kein Problem. Ein akzeptabler Preis dagegen offenbar schwierig. Ein bezahlbarer Elektrowagen, mit dieser Herausforderung beschäftigt sich die Technische Hochschule in Aachen. Dieses Auto, der Street Scooter, soll mal 20.000 Euro kosten, um 2015 zu kaufen sein. Professor Achim Kampka hat das Auto entwickelt. Er scheint zu schaffen, was der deutschen Automobilindustrie offenbar schwerfällt. Es geht uns darum, dass es eben nicht nur ein nachhaltiges Fahrzeug im Sinne der Umwelt ist, sondern nachhaltig auch im Sinne des Wirtschaftsen. Das heißt, dass die Total Cost of Ownership, also die Gesamtkosten, die ich für ein Fahrzeug ausgebe, was das Thema Investition für das Fahrzeug ist, was der Bereich Service ist und was der Bereich Energie ist, dass die gleich ziehen können mit konventionellen Fahrzeugen. In dieser Halle der ehemaligen Aachener Bombardierwerke wurden mal Züge gebaut. Jetzt werden hier Street Scooter für die Deutsche Post in Kleinserie produziert. 50 dieser elektrischen Paketwagen werden bereits auf ihre Alltagstauglichkeit getestet. Jetzt Zeit, um Mittagessen zu gehen. Das Laden von Elektrofahrzeugen kann aber auch so aussehen. Wo früher Parkuhren standen, gibt es heute Ladesäulen für E-Autos. Wir sind in Norwegen, genauer gesagt in der inoffiziellen Welthauptstadt der Elektromobilität in Oslo. Im Gegensatz zu Deutschland ist man hier schon viel weiter. Elektroautos gehören zum Alltagsbild in der Stadt. 8000 sind bisher in Oslo unterwegs, mehr als in ganz Deutschland. Elektroautos erkennt man in Norwegen sofort. Sie haben alle die Anfangsbuchstaben EL auf dem Kennzeichen. Guri Melbi ist Oslos stellvertretende Bürgermeisterin, sitzt auch im Parlament und ist zuständig für Umweltfragen. In der Stadt ist sie oft elektrisch unterwegs. Ganz anders als Deutschland unterstützt Norwegen massiv den Kauf von Elektrofahrzeugen. Elektroautos zu subventionieren hat für uns Priorität. Wir haben relativ hohe Abgaben für Benzin- und Dieselfahrzeuge. Unser Prinzip heißt, wer verschmutzt, soll auch dafür bezahlen. Die Vorteile für Elektroautos sollen bis 2017 gelten. Danach wollen wir im Parlament neu entscheiden. Autofahren in Norwegen ist grundsätzlich teuer. Auf Kraftfahrzeuge ist eine Mehrwertsteuer von 25% fällig, plus einer Sondersteuer. Elektroautos sind davon befreit. Dadurch werden sie erheblich günstiger. Und so übertrifft der Absatz von Elektroautos alle Prognosen. Norwegens Regierung kann viel einfacher agieren, denn das Land hat keine eigene Automobilindustrie, die versucht, Einfluss zu nehmen. Neben dem Steuervorteil gibt es in Norwegen weitere Annehmlichkeiten. Elektrowagenfahrer dürfen Bus- und Taxispuren benutzen. Sie zahlen keine Mautgebühren und können im Stadtzentrum kostenlos ihr Auto aufladen. Der Strom kommt aus umweltfreundlicher Wasserkraft. Die Elektroautofahrer finden das alles natürlich toll. Wir leben in einem Vorort und können die Bus- und Taxispuren benutzen, um in die Stadt zu kommen. Das bedeutet für mich jeden Tag eine Stunde weniger Fahrzeit. Es ist besser für die Umwelt. Und es ist alles sehr einfach. Es ist sehr gut. Das einzige Problem, es gibt zu wenig Parkplätze. Rund 600 Ladestationen gibt es mittlerweile in Oslo. Jährlich sollen 200 dazukommen. Trotzdem sind schon jetzt morgens die Stromparkplätze belegt. Wer zu spät kommt, hat das Nachsehen. Das kostenlose Parken im Zentrum ist allerdings kein Problem. Freies Parken, freie Busspuren, freie Maut und Steuervorteile. Die Norweger wünschten sich, dass dies auch nach 2017 so bleibt. Auch die Niederlande sind bei der Elektromobilität sehr aktiv. Vor allem die Stadt Amsterdam. Eine Viertelmillion Autos sind in der niederländischen Metropole unterwegs. Hier herrscht die schlechteste Luftqualität in ganz Holland. Mit mehr Elektromobilität möchte man das ändern. In den Niederlanden und besonders in Amsterdam werden Elektrofahrzeuge nicht nur steuerlich gefördert. Tim van Beek wohnt mitten in der Stadt. Vergangenes Jahr kaufte er sich ein Elektroauto. Für wenige Euro Volltanken. Nicht mit Benzin, sondern mit Strom. In manchen Ländern ist das schon fast normal. In Deutschland ist Stromtanken noch exotisch. Es sind schon ganz edle Elektrokarossen unterwegs, aber die wenigsten können sie sich leisten. Auch der Motorsport wird elektrisch. Diese Elektroflitzer sollen bald auf richtigen Rennstrecken unterwegs sein. Die Hersteller präsentieren ihre neuen E-Modelle. Viele werden wahrscheinlich in Deutschland zum Ladenhüter. Kümmern wir uns genügend um unsere mobile Zukunft? Die Kritiker sind skeptisch. Die Politik hat ehrgeizige Ziele. Wir haben uns nun in Deutschland das Ziel gesetzt, bis 2020 gut eine Million Elektroautos auf den Straßen zu haben. Deutschland, die Erfinder-Nation, bildet das Schlusslicht bei Elektromobilität. Verpassen wir in Sachen Elektromobilität den Anschluss? Oder sind wir auf einem guten Weg? Moderne Linienbusse surren durch Wiesbaden. Elektrobusse. Eigentlich nichts Neues. Elektrobusse gab es schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Genauso wie Elektroautos. In den USA fuhr damals schon eine staatliche Zahl an Elektrofahrzeugen. Eines davon aus dem Jahr 1904 ist im Sinsheimer Automobilmuseum zu sehen und fährt sogar noch. Dieser Elektrowagen, den der Coburger Fabrikant Andreas Flocken schon 1888 konstruiert hat, gilt als das erste Elektroauto der Welt. Doch wegen geringer Reichweite und billigem Erdöl sollte das Elektroauto schon bald in einen Dornröschenschlaf fallen. Auch das erste Elektroauto von Dieter Eckhardt ist mittlerweile ein alter Tümchen. Der Elektroauto-Pionier aus Ingelheim bei Mainz kaufte schon 1996 seinen Hotzenblitz. Ich bin damals mit einem Freund mit Motorrad unterwegs gewesen, habe unterwegs so ein Elektroauto gesehen. Da war bei mir die Idee geboren, eigentlich wäre so ein Elektroauto für einen Weg zur Arbeit ausreichend. Und nachdem ich mich ein bisschen informiert habe, wurde es dann ein Hotzenblitz. Mittlerweile besitzt Dieter Eckhardt mehrere E-Mobile. Zur Arbeit fährt er heute mit seiner neuesten Errungenschaft, einem Mia. 80 bis 90 Kilometer Reichweite, Höchstgeschwindigkeit 110. Also die 20 Kilometer zur Arbeit kein Problem. Im Sommer ist der Elektrofan gerne mit seinem E-Motorrad unterwegs. Reichweite bis 70 Kilometer. Für Biker eher gering, aber mit einem besonderen Fahrfeeling, findet Dieter Eckhardt. Ein außergewöhnliches Fahrfeeling wird auch diesem Wagen nachgesagt. Dem Tesla S. Die kalifornische Automarke gibt es erst seit einem Jahrzehnt. Eine halbe Million Autos möchte Tesla in den nächsten Jahren verkaufen. Denn mit rund 400 Kilometern Reichweite hat der Tesla die Nase weit vor allen anderen Herstellern. Die europäischen und deutschen Autobauer können bei der Reichweite bisher nicht mithalten. Zwar bringen sie in diesem Jahr 15 Elektromodelle auf den Markt, die sind aber keine Neuentwicklungen. Vorhandene Modelle wurden in Elektroversionen umgebaut. Allein BMW hat mit dem i3 ein von Grund auf viel Gas gibt die Bundesregierung bei der Elektromobilität. Genügen Vorzeigeprojekte wie das auf der Autobahn zwischen München und Berlin? Hier wird es entlang der Strecke acht Schnellladesäulen geben. Damit können Elektroautos in einer halben Stunde nahezu komplett wieder aufgeladen werden. Die Bundesregierung möchte, dass Deutschland bei der Elektromobilität zum Leitanbieter wird. Ein frommer Wunsch, angesichts der im Vergleich zu anderen Ländern eher geringen Investitionen. Und so sieht auch Ferdinand Dudenhöfer die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland sehr kritisch. Der Professor für Betriebs- und Automobilwirtschaft ist von der Politik enttäuscht. Es geht hier langsam voran, zu langsam voran. Kaum Verkäufer von Elektroautos, deshalb ziehen sich die ersten Unternehmen zurück. Siemens hat sich aus der Ladestruktur zurückgezogen. Evonik zieht sich aus der Batterie zurück. RWE und andere Energieunternehmen hören auf, Ladesäulen öffentlich aufzustellen. Also wir müssen was tun. Deutschland ist in Europa, aber auch international das Schlusslicht. In Amerika werden 35 Mal so viele Elektroautos verkauft. In Frankreich dreimal so viele Elektroautos. Selbst Holland ist Vorreiter bei Elektromobilität. Also Deutschland, Land, Deutschland, die Erfindernation bildet das Schlusslicht bei Elektromobilität. Trotz seines pessimistischen Urteils ist Ferdinand Dudenhöfer ein glühender Verfechter der Elektromobilität. Zusammen mit seinen Studenten hat er das Projekt Ruhrauto entwickelt. Wo immer es geht, macht er, wie hier in Bochum, Werbung fürs elektrische Fahren. Nur wenige haben bisher Berührungspunkte mit solchen Autos. Aber das direkte Erleben, Sehen oder Fahren begeistert die Menschen von der neuen Technik. Halt eine Alternative zum normalen Autos, vor allen Dingen hier so im Stadtverkehr. Ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt, aber grundsätzlich natürlich eine super Idee. Mit dem Ruhrauto soll den Menschen ein umweltfreundliches Carsharing-System angeboten werden, das mehr bietet, als nur ein Auto zu mieten. Bei unserem Projekt Ruhrauto kommt neben der Popularität für Elektroautos dazu, dass wir ein Verkehrssystem aufbauen wollen im Ruhrgebiet, bei dem Busse, Bahnen, Mieträder und Elektroautos im Carsharing miteinander vernetzt sind, so dass wir einen lückenlosen Verkehr haben im Ruhrgebiet, der die öffentlichen Verkehrsträger viel interessanter für den Kunden macht. Mit der Monatskarte für Bus und Bahn können auch die Carsharing-Wagen geöffnet werden. Die Flotte umfasst mittlerweile mehr als 40 Elektrofahrzeuge, die schon in mehreren Ruhrstädten zur Verfügung stehen. Dieter Eckhardt und seine Frau haben mit ihrem Elektromobil die Zwischenladestation erreicht. Man glaubt es kaum, aber viele dieser unscheinbaren Stromtankstellen sind über ganz Deutschland verteilt. Europaweit gibt es schon mehr als 1500. Dieter Eckhardt zahlt den Betreibern eine Jahrespauschale, um hier laden zu dürfen. Das ist eine Park-and-Charge-Junk-Stelle. Da gibt es also eine Liste, ca. 200 Stück in Deutschland verteilt, wo die alle hängen. Und es gibt einen Schlüssel, den sie gegen Pfand bekommen. Und das ist sozusagen die Tankenflatrate, das sind etwa 50 Euro im Jahr, die sie bezahlen. Und können dann überall kostenlos da mit dem Schlüssel an diesen Stellen Strom tanken, was wir jetzt machen. Die nächsten eineinhalb Stunden ist... Dass sein Projekt schon so weit gediehen ist, sieht Achim Kampka als großen Erfolg. Die Postautos fahren festgelegte Routen. Das bedeutet, Reichweiten und dazu nötige Batteriekapazitäten sind planbar. Geradezu ideal für die Elektromobilität. Also es gibt einen großen Bereich an Fahrzeugen in Deutschland, die nie mehr als 100 Kilometer fahren. Also nicht im Durchschnitt, sondern nie mehr als 100 Kilometer pro Tag. Das ist eigentlich so das Feld, in dem wir uns tummeln. Davon gibt es viele Zustellbetriebe, Handwerker und so weiter. Essen auf Rädern von den beiden großen deutschen Kirchen, die es gibt. Das sind unsere Zielmärkte und da sprechen wir schon vom Potenzial von ca. 4 Millionen Fahrzeugen. Zwei Jahre will die Post die elektrischen Paketwagen testen. Fällt das Ergebnis positiv aus, könnten die E-Postwagen in großen Stückzahlen hergestellt werden. Auch dieser Elektrowagen soll letztendlich bezahlbar sein. Visio M heißt das Modell, an dem die Technische Universität München zusammen mit namhaften Unternehmen arbeitet. Professor Markus Lienkamp leitet seit 2009 die Entwicklung am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik. Zuvor arbeitete er in der Entwicklungsabteilung von VW. Der Ingenieur selbst fährt morgens die wenigen Kilometer ganz umweltfreundlich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er ist von der Elektromobilität überzeugt. Glaubt, dass Autos umweltverträglicher werden können. Das bedeutet allerdings auch, die Automobilindustrie muss sich verändern. Ich glaube, dass es schon einen sehr deutlichen Umbruch geben wird. Und wenn sich die Automobilindustrie jetzt nicht darauf einstellt, dann wird das irgendwann dazu führen, dass der Absatz einfach deutlich einbricht und damit die Automobilindustrie nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Die Uni arbeitet mit verschiedenen Automobilkonzernen und Zulieferern zusammen. Das Ziel ist ein kleines, leichtes Elektroauto, konzipiert als Zweitwagen für den stadtnahen Bereich. Untersuchungen haben ergeben, dass die meisten Autofahrer am Tag nicht mehr als 60 Kilometer zurücklegen. Und genau diese Bedürfnisse soll das kleine Elektroauto erfüllen. Wir haben versucht, mal die Minimalanforderungen für einen Zweitwagen hier umzusetzen. Das sind 120 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit und mindestens 100 Kilometer Reichweite. Aber das auch in allen Bedingungen. Visio. Das sind auch Visionen, die man an der TU München im vergangenen Jahr erfolgreich vorführen konnte. Ein Auto, das aus einem Kontrollraum ferngesteuert wird und ganz neue Perspektiven der Mobilität eröffnet. Einfach per Smartphone einen Wagen bestellen und ferngesteuert kommt das Auto vorbei. Dann lenkt man selbst zu seinem Fahrziel, von wo aus der Elektrowagen wieder vom Operator übernommen wird. Zukunftsvisionen, die technisch schon machbar sind. Dieter Eckhardt steuert sein Elektroauto noch selbst und ist mit seiner Frau weiter unterwegs in Richtung Siegen. Der kleine Wagen rollt. Die Batterie zeigt noch keine Ermüdungserscheinungen. Wir haben jetzt etwa 50 Kilometer hinter uns. In kurzer Zeit erreichen wir jetzt die erste Lademöglichkeit oder Zwischenlademöglichkeit. Das ist bei Zollhaus. Es gibt eine Park-and-Charge-Tankstelle. Und ja, da können wir dann so eineinhalb Stunden ein bisschen nachtanken. Dann kommen wir auch sicher die komplette Strecke durch. Wie hoch im Kurs steht die Elektromobilität bei Autobauern und Politik? Jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland ist vom Auto abhängig. Da nutzen die Autobosse ihren Einfluss bei der Kanzlerin. Eine Motivation, Elektrofahrzeuge zu bauen, sind die künftigen verschärften EU-Abgasregelungen. Ohne Elektrofahrzeuge wären die strengen CO2-Werte nur schwer zu erreichen. Wie fühlt Dieter Eckhardt mehrere E-Mobile? Zur Arbeit fährt er heute mit seiner neuesten Errungenschaft, einem Mia. 80 bis 90 Kilometer Reichweite, Höchstgeschwindigkeit 110. Also die 20 Kilometer zur Arbeit kein Problem. Im Sommer ist der Elektrofan gerne mit seinem E-Motorrad unterwegs. Reichweite bis 70 Kilometer. Für Biker eher gering, aber mit einem besonderen Fahrfeeling, findet Dieter Eckhardt. Ein außergewöhnliches Fahrfeeling wird auch diesem Wagen nachgesagt. Dem Tesla S. Die kalifornische Automarke gibt es erst seit einem Jahrzehnt. Eine halbe Million Autos möchte Tesla in den nächsten Jahren verkaufen. Denn mit rund 400 Kilometern Reichweite hat der Tesla die Nase weit vor allen anderen Herstellern. Die europäischen und deutschen Autobauer können bei der Reichweite bisher nicht mithalten. Zwar bringen sie in diesem Jahr 15 Elektromodelle auf den Markt, die sind aber keine Neuentwicklungen. Vorhandene Modelle wurden in Elektroversionen umgebaut. Allein BMW hat mit dem i3 ein von Grund auf neues Elektrofahrzeug konstruiert. Die Fertigung im neuen Werk Leipzig geschieht umweltfreundlich mit erneuerbaren Energien. Mehr als 11.000 Vorbestellungen gibt es bisher. Die meisten kommen allerdings aus Ländern, die den Kauf von Elektroautos unterstützen. Eine historische Elektrokutsche in der Innenstadt von Münster. Sie lässt vielleicht schon erahnen, dass man sich hier mit Elektrofahrzeugen befasst. Und zwar mit den Batterien. Das Miet, das Batterieforschungszentrum der Universität Münster, gibt es seit 2011. Hier erforschen 150 Wissenschaftler, wie die Energiedichte von Batterien gesteigert werden kann. In nur wenigen Jahren ist daraus eines der weltweit renommiertesten Batterieforschungszentren geworden. Die Wissenschaftler entwickeln die Energiespeicher auf Lithium-Ionen-Basis, testen sie unter allen möglichen Bedingungen. Die Energiedichte der Batterien hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht. In den nächsten zehn Jahren soll sie sich nochmal verdoppeln. Gleichzeitig werden die Batterien immer günstiger. Man arbeitet hier an ganz neuen Batterietechnologien. Doch im Gegensatz zu Japan oder Korea, werde in Europa bei Forschung und Produktion zu wenig investiert und zusammengearbeitet. Ein eindeutiger Wettbewerbsnachteil gegenüber Fernost, sagen die Batterieforscher. Dieter Eckhardt hat die Batterien seines Think, ein norwegisches Elektroauto, vollgeladen. Von seinen Autos hat es die größte Reichweite. Mit ihm gehen er und seine Frau Regina heute auf große Fahrt. Soweit man das mit einem kleinen E-Auto schon tun kann. Von Ingelheim nach Siegen soll die Reise gehen. Knapp 180 Kilometer. Der Wagen hat eine Reichweite von 160 Kilometern. Da muss die Strecke gut geplant sein, um nicht irgendwo unterwegs liegen zu bleiben. Früh am Morgen geht es los. In einem Rutsch werden die beiden diese Strecke mit ihrem kleinen Elektrowagen nicht bewältigen können. Das Bauen von Elektrofahrzeugen ist für die Automobilhersteller kein Problem. Ein akzeptabler Preis dagegen offenbar schwierig. Ein bezahlbarer Elektrowagen. Mit dieser Herausforderung beschäftigt sich die Technische Hochschule in Aachen. Dieses Auto, der Street Scooter, soll mal 20.000 Euro kosten, um 2015 zu kaufen sein. Professor Achim Kampka hat das Auto entwickelt. Er scheint zu schaffen, was der deutschen Automobilindustrie offenbar schwerfällt. Es geht uns darum, dass es eben nicht nur ein nachhaltiges Fahrzeug im Sinne der Umwelt ist, sondern nachhaltig auch im Sinne des Wirtschaftsen. Das heißt, dass die Total Cost of Ownership, also die Gesamtkosten, die ich für ein Fahrzeug ausgebe, was das Thema Investition für das Fahrzeug ist, was der Bereich Service ist und was der Bereich Energie ist, dass die gleichziehen können mit konventionellen Fahrzeugen. In dieser Halle der ehemaligen Aachener Bombardier-Werke wurden mal Züge gebaut. Jetzt werden hier Street Scooter für die Deutsche Post in Kleinserie produziert. 50 dieser elektrischen Paketwagen werden bereits auf ihre Alltagstauglichkeit getestet. Dass sein Projekt schon so weit gediehen ist, sieht Achim Kampka als großen Erfolg. Die Postautos fahren festgelegte Routen. Das bedeutet, Reichweiten und dazu nötige Batteriekapazitäten sind planbar. Geradezu ideal für die Elektromobilität. Also es gibt einen großen Bereich an Fahrzeugen in Deutschland, die nie mehr als 100 Kilometer fahren, also nicht im Durchschnitt, sondern nie mehr als 100 Kilometer pro Tag. Das ist eigentlich so das Feld, in dem wir uns tummeln. Davon gibt es viele Zustellbetriebe, Handwerker und so weiter, Essen auf Rädern von den beiden großen deutschen Kirchen, die es gibt. Das sind unsere Zielmärkte und da sprechen wir schon vom Potenzial von ca. 4 Millionen Fahrzeugen. Zwei Jahre will die Post die elektrischen Paketwagen testen. Fällt das Ergebnis positiv aus, könnten die E-Postwagen in großen Stückzahlen hergestellt werden. Auch dieser Elektrowagen soll letztendlich bezahlbar sein. Visio M heißt das Modell, an dem die Technische Universität München zusammen mit namhaften Unternehmen arbeitet. Prof. Markus Lienkamp leitet seit 2009 die Entwicklung am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik. Zuvor arbeitete er in der Entwicklungsabteilung von VW. Der Ingenieur selbst fährt morgens die wenigen Kilometer ganz umweltfreundlich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er ist von der Elektromobilität überzeugt. Glaubt, dass Autos umweltverträglicher werden können. Das bedeutet allerdings auch, die Automobilindustrie muss sich verändern. Also ich glaube, dass es schon einen sehr deutlichen Umbruch geben wird. Und wenn sich die Automobilindustrie jetzt nicht darauf einstellt, dann wird das irgendwann dazu führen, dass der Absatz einfach deutlich einbricht und damit die Automobilindustrie nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Die Uni arbeitet mit verschiedenen Automobilkonzernen und Zulieferern zusammen. Das Ziel ist ein kleines, leichtes Elektroauto, konzipiert als Zweitwagen für den stadtnahen Bereich. Untersuchungen haben ergeben, dass die meisten Autofahrer am Tag nicht mehr als 60 Kilometer zurücklegen. Und genau diese Bedürfnisse soll das kleine Elektroauto erfüllen. Wir haben versucht, mal die Minimalanforderungen für einen Zweitwagen hier umzusetzen. Das sind 120 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit und mindestens 100 Kilometer Reichweite. Aber das auch in allen Bedingungen. Visio. Das sind auch Visionen, die man an der TU München im vergangenen Jahr erfolgreich vorführen konnte. Ein Auto, das aus einem Kontrollraum ferngesteuert wird und ganz neue Perspektiven der Mobilität eröffnet. Einfach per Smartphone einen Wagen bestellen und ferngesteuert. Für wenige Euro Volltanken. Nicht mit Benzin, sondern mit Strom. In manchen Ländern ist das schon fast normal. In Deutschland ist Stromtanken noch exotisch. Es sind schon ganz edle Elektrokarossen unterwegs, aber die wenigsten können sie sich leisten. Auch der Motorsport wird elektrisch. Diese Elektroflitzer sollen bald auf richtigen Rennstrecken unterwegs sein. Die Hersteller präsentieren ihre neuen E-Modelle. Viele werden wahrscheinlich in Deutschland zum Ladenhüter. Kümmern wir uns genügend um unsere mobile Zukunft? Die Kritiker sind skeptisch. Die Politik hat ehrgeizige Ziele. Wir haben uns nun in Deutschland das Ziel gesetzt, bis 2020 rund eine Million Elektroautos auf den Straßen zu haben. Deutschland, die Erfindernation, bildet das Schlusslicht bei Elektromobilität. Verpassen wir in Sachen Elektromobilität den Anschluss? Oder sind wir auf einem guten Weg? Moderne Linienbusse surren durch Wiesbaden. Elektrobusse. Eigentlich nichts Neues. Elektrobusse gab es schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Genauso wie Elektroautos. In den USA fuhr damals schon eine staatliche Zahl an Elektrofahrzeugen. Eines davon aus dem Jahr 1904 ist im Sinsheimer Automobilmuseum zu sehen und fährt sogar noch. Dieser Elektrowagen, den der Coburger Fabrikant Andreas Flocken schon 1888 konstruiert hat, gilt als das erste Elektroauto der Welt. Doch wegen geringer Reichweite und billigem Erdöl sollte das Elektroauto schon bald in einen Dornröschenschlaf fallen. Auch das erste Elektroauto von Dieter Eckhardt ist mittlerweile ein alter Tümchen. Der Elektroautopionier aus Ingelheim bei Mainz kaufte schon 1996 seinen Hotzenblitz. Ich bin damals mit einem Freund mit Motorrad unterwegs gewesen, habe unterwegs so ein Elektroauto gesehen. Da war bei mir die Idee geboren, eigentlich wäre so ein Elektroauto für einen Weg zur Arbeit ausreichend. Und nachdem ich mich ein bisschen informiert habe, wurde es dann ein Hotzenblitz. Mittlerweile besitzt kommt das Auto vorbei. Dann lenkt man selbst zu seinem Fahrziel, von wo aus der Elektrowagen wieder vom Operator übernommen wird. Zukunftsvisionen, die technisch schon machbar sind. Dieter Eckhardt steuert sein Elektroauto noch selbst und ist mit seiner Frau weiter unterwegs in Richtung Siegen. Der kleine Wagen rollt, die Batterie zeigt noch keine Ermüdungserscheinungen. Wir haben jetzt etwa 50 Kilometer hinter uns. In kurzer Zeit erreichen wir jetzt die erste Lademöglichkeit oder Zwischenlademöglichkeit. Das ist bei Zollhaus, gibt es eine Park-and-Charge-Tankstelle. Und ja, können wir dann so eineinhalb Stunden ein bisschen nachtanken. Dann kommen wir auch sicher die komplette Strecke durch. Wie hoch im Kurs steht die Elektromobilität bei Autobauern und Politik? Jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland ist vom Auto abhängig. Da nutzen die Autobosse ihren Einfluss bei der Kanzlerin. Eine Motivation, Elektrofahrzeuge zu bauen, sind die künftigen verschärften EU-Abgasregelungen. Ohne Elektrofahrzeuge wären die strengen CO2-Werte nur schwer zu erreichen. Wie viel Gas gibt die Bundesregierung bei der Elektromobilität? Genügen Vorzeigeprojekte wie das auf der Autobahn zwischen München und Berlin? Hier wird es entlang der Strecke acht Schnellladesäulen geben. Damit können Elektroautos in einer halben Stunde nahezu komplett wieder aufgeladen werden. Die Bundesregierung möchte, dass Deutschland bei der Elektromobilität zum Leitanbieter wird. Ein former Wunsch, angesichts der im Vergleich zu anderen Ländern eher geringen Investitionen. Und so sieht auch Ferdinand Dudenhöfer die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland sehr kritisch. Der Professor für Betriebs- und Automobilwirtschaft ist von der Politik enttäuscht. Jetzt geht es hier langsam voran, zu langsam voran. Kaum Verkäufe von Elektroautos. Deshalb ziehen sich die ersten Unternehmen zurück. Siemens hat sich aus der Ladestruktur zurückgezogen. Evonik zieht sich aus der Batterie zurück. RWE und andere Energieunternehmen hören auf, Ladesäulen öffentlich aufzustellen. Also wir müssen was tun. Deutschland ist in Europa, aber auch international ist Schlusslicht. In Amerika werden 35 Mal so viele Elektroautos verkauft. In Frankreich dreimal so viele Elektroautos. Selbst Holland ist Vorreiter bei Elektromobilität. Also Deutschland, Land Deutschland, die Erfinder-Nation bildet das Schlusslicht bei Elektromobilität.